Musik Kannst du bestimmt unter den Schrank, das haben wir direkt beim ersten Versuch probiert Haben wir direkt beim ersten Versuch probiert Ich kann es gerne nochmal probieren Aber du kommst da nicht runter Also hier unter den meinst du bestimmt, ne? Da kommst du nicht runter Hätte ich auch gedacht Ich kann mal unter den Schrank probieren Absolut nicht Absolut nicht Kein Muckske macht gar nichts Die grillt dich Mit ihrem komischen Licht-Schatten-Scheiß Äh, mir fällt da auch gerade was ein, ne? Das sind doch Kinder im Schatten Das sind Kinder im Schatten Kann es sein, dass wir die hier runterlocken können, indem wir die Lichter ausmachen Irgendwie Die Kinder sind Guck mal, hier ist ja auch so ein Kind Zack, weg ist es Da war auch so ein Kind Das wir hier gar nichts machen können, das nervt mich Guck mal, da ist sowas wie eine Glocke Wir können halt hier nirgendwo reinspringen Und das Buch oben auf die Lampe werfen, dass es ausgeht Welche Achso Kann ich mir nicht vorstellen Können wir gerne probieren Aber die bauen hier eigentlich keine Rätsel ein, die du nur einmal probieren kannst Weil wenn das Wenn du das verkackst Kriegst du hier nie wieder ein Buch hoch Gibt es was zum Schieben? Meinst du nicht, dass es zu laut, wenn ich um das schiebe? Nö Nö, Angie Nö Was ist denn das da unten eigentlich? Was ist das da? Komme ich da hoch? Was, dass das so schwer ist? Hm Ja, alles so suchen Ja klar Dafür sind wir hier Ich mach jeden Vorschlag von euch Was gleichzeitig als versteckt Ähm Gibt es was zum Ich würd gern die Lichter hier ausmachen Können wir halt gut vorstellen, dass wir die Kinder Runterlocken können Warte mal Ich geh die Kinder jetzt nochmal oben besuchen Und dann gucken wir, ob wir noch irgendwas schieben können hier unten Was gleichzeitig als versteckt dient Wir probieren alles Ich glaube, es hat was hiermit zu tun Es ist bestimmt wieder einfach so easy Und wir Ich seh's einfach nicht Oder du siehst es nicht So Moment Meinst du nicht, es ist zu weit gedacht? Ja, aber Ich mein, die Kinder, die sind jetzt mit einmal hier Ich weiß nicht Meinst du, es ist zu weit gedacht? Irgendwas mit dem Globus muss es doch, äh, auch geben Wir wissen auf jeden Fall Hier ist noch eine Schlüssel Und dafür brauchen wir den Schlüssel Äh, eine Tür Dafür brauchen wir den Schlüssel von der einen Die auch Was ja auch da unten in dem Raum ist Kann man eigentlich hier lang balancieren? Ne, ne? Ne Äh, gut Ah, warte mal Vielleicht Ah, warte mal Warte mal Warte mal Warte mal Krieg ich das wieder aus? Kriegt das Licht gar nicht mehr aus, ne? Kriegt das Licht ja gar nicht mehr Das macht gar keinen Sinn So, mal die Lichter weggedreht Kriegt das die übelste Gänsehaut, ne? Das sind die, das sind, das sind die Geister von den zwei Kindern, ne? Das sind auf jeden Fall die Geister von den zwei Kindern Auch die Tomaten Hat die Tomate was damit zu tun, Leute? Hier Aber was soll die Tomate denn können? Wir kriegen sie noch nicht mal hier durch Ist das überhaupt eine Tomate? Das ist, das ist, das ist eine Ähm, das ist eine Sag schon, ein Radieschen Dass das nicht geht, ne? Das ist für mich das am naheliegendsten Okay, gut Ähm Weil die Lichtquelle auf dem Teppich, äh, ein Auge hat Weil die Lichtquelle auf dem Teppich, äh, ein Auge hat Äh Stimmt Wir gucken nach Äh Ich hab mit 360p, das ist eine Tomate Okay So So Aussehen losgelassen Ähm Ja, 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 ja Clobus-Lichtquelle auf dem Teppich Ja, 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 ja Hab ich realisiert Hab ich realisiert Leute, entspannt euch Ich Ich wollte ja nochmal ganz kurz was gucken So Hm Hier sind auch Augen, ne? Warte mal. Es sind halt überall diese Augen. So, na, okay. So, hier ist das Auge auf dem Teppich, ne? Hier ist das Auge auf dem Teppich, da ist ein Globus. Ist hier eigentlich auch einer? Ne, ne? Ne, da ist kein Globus. Ah, nach oben gucken lassen. Oder? Vielleicht das Auge nach oben gucken lassen? So. Nicht, dass es was damit... Hm. Also wenn, dann ist nur die Frage was. Mich macht das immer noch stutzig. Mich macht das immer noch stutzig, dass wir in dem einen Raum gar nichts machen können, ne? Ich. Vor allem ist da ja auch ein Kind. Und die Puppe da, wo, äh, Decke runterkommt, kannst du nicht nehmen und rausrennen. Ich hab's schon probiert. Das haben wir schon einmal probiert. Das hat aber nicht geklappt. Vielleicht muss ich ja hier jetzt auch mal Licht ausmachen. Guck mal, der Globus hat jetzt auch Licht, ne? Der ist auch leicht beleuchtet. Auch leicht beleuchtet. Das wir das Globus nennen, ist aber auch ziemlich süß, ne? Das macht schon irgendwie Sinn, weil oben ist ja... Ah. Und wenn der hier ins Licht gucken muss, das Auge. Müssen wir dasselbe reinleuchten? Hahaha. Mach mal Lampe an. Ja. Lampe an. Ja, ich glaub nicht. Was soll denn der Globus auch auslösen? Also jetzt mal realistisch gesehen. Was soll denn der auslösen? Der ist dann irgendwie so connected mit irgendwas. Macht das Sinn? Glaube ich nicht, dass es nur ein Feature ist. Ich glaube langsam nicht, dass wir das gelöst bekommen. Hahaha. Soll ich noch mal probieren? Einfach. Hm. Ich. Aufgehen. Was heißt denn aufgehen? Wir gucken nochmal, ob wir einfach nochmal die Puppe gekrallt bekommen und einfach rausgehen können. Aber ganz ehrlich, das wäre zu easy. Was ist denn hier eigentlich für ein Schmutter dran? Absolut nicht. Absolut nicht. Der Globus könnte aufgehen, meine Kali. Ah, so. Der Globus könnte aufgehen. Ja. Wie sieht das denn aus? Wenn wir das hier wieder nach oben holen, kommt da mehr Licht unten ran? Das ist eine saugute Idee, Kali. Das ist eine saugute Idee. Was haben wir denn? Wir haben nichts zum blockieren, ne? Wir hätten... Wir hätten... Gibt nirgendwo was zum blockieren? Ein Buch. Ah, doch. Wir können die Bücher stapeln. Uh, Bücher. Ein paar Bücher. Ja, genau. Wir können die Bücher stapeln. Das ist... Das ist saugut, Leute. Das ist saugut. Natürlich. Das... Ja, Mann. Genial. Jetzt macht der Raum Sinn. Einmal macht der Raum Sinn. Das sind auch noch so dicke, fette, stabile Bücher. Boah, sind wir aber jetzt ein bisschen was beschäftigt, ne? Das kann dauern. Das kann aber dauern. DLC geht zwei Stunden. Zehn Minuten Spielspaß. Eine Stunde und 50 Minuten Bücher stapeln. Ali schlau. Ali schlau, ja. Meine Stream-Vorschau hier heute unten zeigt mir an, dass ich gar nicht live bin. Ihr könnt ja sehen, was ich hier tue. Wetten, dass die Tür nachher zugeht und einfach alle Bücher wegploppen? Liegen bestimmt. Ich weiß noch nicht, ob ich die stapeln kann, Leute. Ich glaube, das ist doch nicht die Lösung. Huch. Ich glaube langsam nicht mehr dran. So. Na, gerade glaube ich doch nicht mehr dran. Einfach testen, na klar. Weil ich glaube nämlich nicht, wie gesagt, ich werde wahrscheinlich nicht stapeln können. Ich glaube, das ist, das ist egal, Angie. Das sind alles fette Bücher. Weiß nicht, ob du noch mehr hast, das du nehmen kannst. Ich kann, ich, wir haben viele Bücher. Wir haben viele Bücher. Wir brauchen ja eine gewisse Anzahl an fette Bücher. Aber, ich weiß halt, wie gesagt, nicht. Ja, das da ist halt, das kriege ich mit Achtenkraft vielleicht da noch drauf gebastelt. Aber, das wird es dann wahrscheinlich auch gewesen sein. Kick halt das andere weg. Einfach für hochkant hinstellen. Ich höre einfach mal noch mehr Bücher, ne. Aber ihr seht jetzt schon, ich kann die gar nicht stapeln. Aber, ich wüsste halt jetzt auch nicht, Carly, ich glaube, wir haben sonst nix, außer Bücher. Das hat einen Rahmen. Ich glaube, sonst haben wir nix. Nein, oder? Ich weiß nicht. Kann man die Kiste hier, was hat das Kind da? Da kann ich nicht die Kiste schieben? Ist das denn kein Hinweis? Eine Figur wäre gut. Ich denke halt auch, dass du irgendwas machen musst, was diesen Sockel nachahmt. Ich glaube nicht, dass das Blockieren der Tür die Lösung ist. Aber wie gesagt, ich kriege die ja gar nicht gestapelt. Weil du halt sonst hier nix hast, ne. Was ist das da drüben? Komm ich da hingesprungen? Moment. Kannst du die Leiter schieben? Ja, ich kann die Leiter schieben. Muss ich auch, damit ich da hochkomme. Deswegen, das muss ja auch einen Sinn haben, dieser Raum. Muss ja auch einen Sinn haben, dass ich da hoch kann. Kann es sein, dass... Warte mal. Das Kind da, ne. Die Leiter steht ja vor den Kisten. Du kommst ja am Anfang gar nicht hoch. Du musst die ja nach links schieben, damit du hier hoch kannst. Kann es sein, dass das Buch... Oder kann es sein, dass eins der Bücher ne Fassung hat? Also, dass wirklich nur... Was ist das da drüben, Mann? Dass wirklich nur ein Buch hier ne Fassung hat? Aber warum sollte man hier hochkommen? Warum sollte man hier hochgehen? Das Kind da unten, ne? Das Kind da unten, Leute. Das ist so gruselig. Das ist so gruselig. Das Kind. Wenn ich jetzt... Wenn ich da an dem Kind vorbeigehe, ist es weg. Wenn ich hier hochgehe, komme ich an dem Kind vorbei, ohne dass es verschwinden kann. Kann ich das erschrecken? Soll ich mal jetzt hier runterspringen und das Kind erschrecken? Nee, macht ja auch keinen Sinn. Haben wir hier ein Buch mit einer Fassung? Vielleicht gibt es ja ein Buch, was eine Fassung hat. Guck mal hier. Ein Augensymbol. Hinten auf dem Buch. Wobei, die haben alle ein Auge, ne? Das hat nichts. Das hat auch nichts. Das eine Buch hat ein Auge. Probier einfach mal das mit der Tür. Stapeln. Guck mal, Leute. Das Buch hat... ein Auge. Das ist irgendwie auch... Okay, komm. Sire, macht auch kein Buch. Mach dich schmesser. Komm, ich lehne jetzt das Buch für Hochkant an die Tür. Wir können es ja erstmal mit einem Buch probieren, oder? Wir sehen ja anhand des einem Buches, ob das durchgeht, ob es das Buch wegdrückt oder ob es funktioniert. Können wir gerne mal... Warten wir mal. Schön hier dran und los. Pauli. Was heißt denn Pauli? Soll ich stapeln jetzt? Ich kriege die doch nicht gestapelt. Das ist doch mein Problem. Wir haben es doch gerade probiert. Dafür hat das Spiel keine Mechanics, dass du Bücher stapeln kannst. Ich probiere jetzt mit zwei Büchern. Das Ding ist, wir können es gar nicht mit einem Buch probieren, weil das dann schon so weit unten ist, dass wir es gar nicht sehen. Das sehen wir schon tot. Wir müssten zwei, drei Bücher übereinander stapeln. Warte mal. Das ist so an der Nase herbeigezogen. Mit dem Stapeln. Okay. So, nochmal do dos. Jetzt probieren wir noch ein drittes. Ey, wenn das funktioniert, Leute, ne? Da fress ich einen Besen. Im Livestream. Ja. Er weigert sich zu laufen. Halt's ab. Halt's ab. Oder sollen wir direkt vier Bücher probieren? Ich weiß nicht, ob drei reichen. Drei übereinander? Reicht das? Ja, vier. Ja. 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 Das funktioniert echt mit dem Werfen. Der wirft die genau so, dass die übereinander raste aus, Leute. Also, wenn das jetzt Bücherstapeln die Lösung ist, ne? Wenn das Bücherstapeln die Lösung ist, ich mein, das muss die Lösung sein, einfach, weil der Raum sonst gar keinen Sinn hätte. da will ich einen Keks. Äh. Dann, ja, dann backe ich dir nächste Woche meine Kreation von Cookies, okay? Dann mach all, die du nehmen kannst. Hä, ich glaub, oder? Oh, nein. Ah, guck mal, hier drückt's die Bücher schon durch. Das sieht schon gar nicht mehr gut aus, was wir hier haben. Ich hol noch ein fünftes. Du willst nur bessere Cookies machen. Ja, das... Hä? Das wär ja dann das Ziel, oder? Man will ja immer besser, irgendwas besser machen, damit man irgendwann das Beste hat. Wobei das schwer wird, weil deine waren schon ziemlich gut. So. Es kann sowas von nicht die Lösung sein. Ich wette mit euch, da ist irgendwo ein Loch in der Wand, was wir nicht sehen. Oder irgendeine Tür, wo du einfach durchgehen kannst, die wir nicht sehen. Irgendwas ganz Banales. Es gibt zwei Bücher mit einem Augensymbol. Ich frag mich grad. Ich hab mir gehört, aber... bis jetzt hin. Bis jetzt. Bis jetzt. Bis jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020